ok was was machst du du machst böse aber du hast ne bombe für mich oh nein hilfe zweit den herzen ja das war so klar packen wir einfach mal eine bombe hin bitte 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 ok die tränen von den bomben hat es zerstört so und jetzt bist nur noch du da ok damit sagen wir jetzt auch noch dazu wir haben den goldenen schlüssel das heißt wir können ja alles öffnen auf dieser ebene das will ich noch mehr von euch kumpel ich bin hier danke ich bin hier hallo genau und jetzt hoch hoch hier ja genau ich hab nur gedacht und tschüss bitte geht weg bitte geht weg bitte geht weg bitte geht weg bitte ich will nicht cool da kommt der ninja typ von der seite und tschüss das haben die mir schon wieder so viele herzen abgezogen ich merke gerade meine stimme versagt man langsam wieder es wird die gibt es kein vorstecken das heißt also ich müsste mal wieder einen schluck trinken ich konnte gerade treffen weil keine ahnung dass sie noch gespawnt sind so nummer eins ist tot nummer zwei dreht sich gerade um wenn ich anschließend nummer drei kommt von hinten aufsteigen los nummer drei stopp stopp wird nummer drei ist weg nummer zwei ist auch noch gleich los und nummer vier rennt mir gerade panisch entgegen und stirbt dadurch Mininghelm ich bin erleuchtet und mit diesem part sage ich jetzt mal tschüss ne äh ich trinke nur mal schnell was das das mir geht es gerade so was und auf die stimme schon viel besser Entschuldigung falls ihr jetzt gehört habt dass ich ans mikro gekommen bin so äh was hat der shop schönes für uns der shop hat ah das item ist nicht schlecht das verliert jedes mal wenn wir getroffen werden äh items also zu sagen es kann dann eben halt passieren wenn wir getroffen werden kriegt man äh seelenherzen so dazu und so weiter und da die treubombe Gucken wir mal ob der geheimraum hier liegt Nein Hätt mich auch stark gewundert Du bist böse Ich hatte diese Gegner die da in der Mitte sind immer Achtest du gerade noch auf den Flieger auf jeden Fall so und dann denkst du dir so Scheiße Welches hat jetzt gespuckt also in welche Richtung muss jetzt ausweichen das ist aha Okay die Fischer können sich verwandeln zu den Knochendingern oder den Flieger an den Kopf werfen was den Schaden macht das meine ich Gorilla Hand will ich nicht haben Ich will es nicht was du machst ich will es auch nicht haben Okay das war gerade bisschen blöd von mir aber gut Baut es auch Stil nehmen wir gleich mal So Und dich Pille range dauernd will ich nicht haben Danke Der Quatsch hat es aber trotzdem nicht schlecht das ist schon irgendwo schon so ein Schadens upgrade Du bist tot Kann man bitte auch noch immer sterben Bloß Nummer 3 stirb Denn Nummer 5 ist der einzige Frau der lebt Das bin ich Äh Und da explodiert Trollbombe Da 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 Oh nein Oh nein So Du kommst mir nicht zu nah Hop Tschüss Woher weiß ich jetzt das hier der Geheimraum Ich will es nicht wissen Achso doch Wegen meinen Mining Helm Achja Achja Lass mal noch gucken wo das super Geheimraum ist Mit ner Bombe komme ich ohne Schaden in Okay Machen wir Machen wir Komm schon Yes Und noch ein Seelenherz Und Oh Gabis Äh 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 Halsband Da Mit Gabis Halsband haben wir Kriegen wir Ein Oh Gott Das würde ich haben für ein Herz Jetzt haben wir es Oh Gott Und die Korte will ich da oben auch mal gucken was das ist Tour of Diamonds Doppel zu viel Geld nehme ich hin Mal gucken was diesmal hinter der Tür ist Wenn das oder Isaacs Bett ist dann Ja Aber ich glaube wenn man Ja genau Danke für die Bombe Die brauche ich jetzt mal Wenn man hier in der Bombe hinlegt Ist das vielleicht wirklich so Ja Kann man in die nächste Ebene Wirst du heute nicht schlafen Isaac Schade Ich weiß nicht Welche Summe jetzt 7 des 1 Also zum Marm kommen wir dann auf jeden Fall schon mal Es kann aber auch ein Gold Ne ich will ich Man weiß nicht welche Items man von den Bossen kriegt Also mit 3 Bomben in so ein Dings kann man eben halt einfach eine Ebene weiter springen ohne den Boss zu besiegen Aber ich weiß ja auch nicht welcher Boss hier ist Aber Good Job train Ich will schon an die Truhe Tut mir neid bomben Ach dafür kriege ich ne neue Ich dachte da vielleicht noch irgendwas anderes drin Ach stimmt ja Äh Shop 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 Wir haben ja jetzt genug Geld Was war im Shop drinnen? Genau das Ding wollte ich haben Jetzt haben wir eine kleine Reisetage die immer mal was verliert wenn wir getroffen wären Und hier unten ist gleich nochmal der Geheimraum Äh der super Geheimraum und in den ist ein Twinket was ich nicht haben will Okay The Gate Was kommt schon? Komm schon Geld ist eigentlich gar nicht so ein schlimmer Gegner Eher die Viecher die er spawnt ist eher das Schlimmere an ihm Warum ich jetzt noch immer noch Ich war jetzt noch das Buch einzusetzen Ist okay Kriegt euch ein Kriegt euch ein Kriegt euch ein Was war denn das jetzt? Okay Immer in Bewegung blicken Immer in Bewegung bleiben Immer in Bewegung bleiben So Gegen das Meat Damage ab Und HP ab Soll ich ein Herz Soll ich das eintauschen? Wieviel haben wir hier? Oh Okay Ach komm drei schwarze Herzen Gegen ein Normales Nehmen wir mit So Mutti ist eben Wir haben noch eine Bombe Hier drüben ist gleich der Geheimraum Ja genau Kannst du jetzt mal bitte nach oben kommen? Danke Geheimraum Was hast du für mich? Oh nein Oh nein Ich sehe gerade Wir haben ja Cause of unknown Oh nein Ich habe mir nicht gemerkt wie viele Herzen wir haben Oh gut 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 Geh weiter durch die Geh einfach nur durch die Okay der Schuss ist schon die schlechte Jetzt hat er zwar keinen Knockback mehr Aber dafür trifft er jeden Gegner Okay Ich weiß dass wir Eine Menge Herzen hatten Davon gehörten auch drei schwarze jetzt mit dazu Das war das erste Childheart Lässt mir Herzen spawnen würde ich nicht Wir haben acht Schlüssel Also können wir ruhig mal hier rin gucken Der Würfelraum Lassen wir uns mal was durch würfeln Ich glaube Ich glaube die Fjord Würfelt Ähm Die Ebene um Oder? Was hast du gemacht? Immer noch die gleichen Items Zwei Schlüsse Tja Nichts passiert Okay Okay Quid Stopp Okay bei dir setze ich sogar das Buch ein Weil ich ganz genau weiß ich brauche noch mehr Räume als Äh mehr als drei Räume bis zu mahn Können wir jetzt aber nicht mehr gebrauchen Können wir jetzt aber nicht mehr gebrauchen Haaa Ach shit Okay Wir versuchen unser bestes Was Wo könnte es zu Mom gehen? Komm schon Nein Puh Komm schon Gut Die Hände sind weg Das ist noch dich Okay Eine Kiste für eine Bombe Und einen Schlüssel Okay Bitte dass eine Bombe drin sind Jaaa Und Geld Ach ja Einen Shop waren wir ja schon Das war unnötig Okay Hi Mutti Okay die Tränen sind wirklich nicht schlecht Also so wie ich sie jetzt hab Quattro mit Durchschuss Genau Spawn was in mir Wie ich es liebe Wenn die so was in mir spawnt Okay Komm schon Komm schon Mutti Storb einfach Storb bitte Okay Okay das ist bloß Damage und Range ab Da haben wir jetzt Einen Na Ach die teilen sich jetzt so Oh cool Und wir nehmen noch diese zwei schwarzen Herzen mit Den Der ist nicht schlecht aber der wurde eben halt genervt Und das ist eben halt so ein Ding wo ich sage Ne lass mal Den nehme ich nicht mit Er hat immer rote Herzen in Seelen Herzen umgewandelt Ähm aber der macht das jetzt nur noch so bei Alle Alle zwei Herzen oder sowas Wandelt er sich jetzt gerade um Auf jeden Fall haben wir schön viele Herzen behalten Und ich habe vergessen den Goldraum Ne hatte ich den Goldraum Keine Ahnung ob ich den Goldraum Ach ist jetzt auch egal Wir sind stark genug Da Machen das Herz mit Mit Entschluss nieder Was will man mehr Ok Ja genau Ich habe jetzt wo Fast du lebst noch WTF Was machst du Bombs Akis Ok Hatte ich wirklich noch so wenig Schlüssel gehabt Ich weiß zwar nicht was ich für eine Range habe Aber meine Fresse Das ist eine weite Range Ach da bist du Und tschüss So Da haben wir wieder einen Schlüssel Da haben wir Umus Brauche ich nicht Aber danke Kann ich gut einsetzen Wenn ich jetzt in 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 den Raum da drüben rennen will Was hast du schon Du hast nur ne Ne Aber das ist sogar Der super Geheimraum ist hier dran Ok Sag ich jetzt nicht Ich muss den Kampf rum machen Um darin zu kommen Ok Ne Dann mache ich ein Das ist Dann nehme ich auch das Buch Wir haben ja eher da unten eine Batterie liegen Die dann bloß ne Äh Bloß ein Schlüssel kostet Oder ein Herz Komm Loki Hier Schneller tot als du gucken kannst Komm Ach du hast nicht so ne Reichweite wie ich Da kommt noch Shabby Das wird so klar Aber mit den Tränen ist der Arsch leicht Komm ich immer noch nicht hoch Was ist denn das Äh Jetzt habe ich ne Bombe verschwendet Und ich weiß eher noch nicht wo der Boss ist Also kann ich mir die Batterie noch aufheben Erstmal Manchmal frage ich mich wer die Geräuschkulisse gemacht hat für Das Spiel Das ist Das nervt irgendwie Und ihr nervt erst richtig Ihr nervt Du auch Bumbe Oh mein Gott Wie wir aussehen Oh Und jetzt wird langsam meinen Magen an zu knurren Das ist kein gutes Zeichen Wir haben es um 6 Ich habe einen ganz anderen Stürzen So muss das sind Ach von hier aus kommt man auch in den Oh gut Oh Ich habe gerade irgendwie auf das andere Vieh geachtet Gut Ach gut Ach gut Äh zwei Pillen Bombs or Keys Und Paralese Oh Bombs or Keys Ich brauche mehr Bomben So Und bist du Ah Gut Okay Dann gehen wir eben halt durch den Garium rum Hier oben durch Geld Geld Weil wir das noch so dringend brauchen Jetzt noch irgendwie so eine Karte mit Tour of Diamonds finde Dann 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 kicke ich das Spiel sonst wo hin Das sage ich euch So Tschüss Tschüss Noch ein Schlüssel Spike Raum Vielleicht habt ihr vorher irgendwas schönes für mich Und du hast du noch was Nö Okay hier oben ist der super geheim Raum Matchstick Brauche ich jetzt ganz dringend Okay 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 Dann würde ich mal sagen gehen wir mal zum Boss Mehr können wir hier eh nicht finden Ja von daher The Bloat Ohhhh Ne Nein Komm Genau hier WTF wie stockst du die Bomben Genau Und Tears und Shot Speed noch ab Was will man mehr Vielleicht ein paar Herzen wenn ich Damage und ein Seelenherz Aber wir haben nicht Das Ahhhh Wie viel Damage Auch Wir haben Obwohl das Buch nicht an ist Okay Ne dann brauchen wir es nicht Den brauchen wir es nicht Den brauchen wir es nicht Denn mit Boards auf Steel Pille wäre jetzt mal nicht schlecht Curse of the Blind Heißt das die Ebenen sind Dunkler Was ist Curse of the Blind Das macht ja auch nichts mehr Fliegen Zu Towers Doki Warte mal Oh nein Oh nein Oh nein Das hätte ich bei Moms Haus einsetzen sollen WTF Ja genau Gut Wir sterben Wir werden hundertprozentig sterben War echt zu dumm Diese Spinne zu treffen Herz bitte 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 Ach Warum kriege ich keine Herzen mehr Stirb Stirb Och Gott Stirb Stirb doch einfach Bitte Danke Danke Gott Curse of the Blind Und Keine Ahnung was du machst Aber du nervst Oh nein 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 Wenn die Mutter mich erwischt Dann bin ich tot Das ist eins Nein Zwei Sag ich doch Nummer eins Nummer zwei Noch eins Ach ne Ups Na los Genau Und dafür hätte ich jetzt die Leiter einsetzen können Ne Kennt mich mal Achso da ist der Geheimraum gleich in der Ecke Gut Dann nehmen wir dann gleich mal mit Gott Ah Das Ah Das Jetzt weiß ich was kurz auf die Blind macht Man sieht die Items nicht die man einsammelt Steam Set Ah den brauche ich jetzt auch ganz dringend Ok Also entweder ist er oben oder wenn wir jetzt links weiter gehen Ich würde mal sagen die ist eher oben Gut ok wenn wir einmal getroffen werden Ok wir nehmen die Herzen jetzt mit Ich wüsste nicht Ob das so gut ist aber Hauptsache irgendwas So Hier müssen wir eh nicht hin Fuuu Gott seid ihr Viecher nervig Ok in Seelenherz Nimmchen Wie oft willst du denn noch Komödie Wann das alles? Gut Du tot, du tot und du tot Schlüssel Super Geheimraum Schwarzes Herz Schwarzes Herz Schwarzes Herz Schwarzes Herz Bitte 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 Der Buttpenny Hat es nicht schon mal aufgehoben? Keine Ahnung Der macht wenn ich Geld aufsammel dass ich pupse Super Braucht man die ganz dringend Super dringend braucht man den Ja 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 Bitte stop einfach Stop 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 Ok Mutters Herz Ich kenne die Ebenen Ich kenne die Ebenen Was soll ich denn aus der Ebenen noch rausholen? Ich habe ein Seelenherz und Geheimräume haben alle schon gefunden Ich könnte noch irgendwo ein Herz vertragen aber Ne ich spamm einfach die Bomben So einfach So Und jetzt stoppst du Danke Oh nein Können wir mal an eine Stelle gehen wo es ein bisschen Danke Ok Wir sterben Wir sterben mal sowas von Wir haben keine Bomben mehr Super Komm schon Komm schon Na wo lange machst du jetzt den Strahlmodi? Hier Wir können zu Satan Ich glaube das machen wir auch Und nur aus dem Prinzip her weil ich es versuchen will Bitte hast du noch ein Herz für mich? Gott also auf jeden Fall wir haben schon mal Mutti besiegt Jetzt gehts nochmal kurz auf zu Satan IP IP Sack Keine Ahnung IP Sack Oder das haben wir auf jeden Fall Das gucken wir uns dann gleich noch an Ja was machst du denn hier? Ok Das war ein kurzer Besuch bei Satan Aber eben halt Wir haben mit Judas das Herz geschafft Gucken wir uns nochmal ganz kurz bei Stats war es glaube ich War es bei Stats Ja Endings Wir haben jetzt Ending 6 Ich habe das noch nie gefunden und noch nie gesehen wer es mal gefunden hat oder so Aber wir haben frei gespielt und da würde ich mal sagen Das wars für mich Ich logge mich aus Ich sag tschüss Bis zur nächsten Session von The Binding of Isaac Machts gut Leute Ciao Ciao